Hallo und herzlich Willkommen, einen wunderschönen Tag euch allen an diesem wunderschönen Tag. Falls ihr einen habt, wie das Wetter ist, könnt ihr übrigens rechts unten in der Windows-Task-Leiste sehen, gibt also gar keinen Grund mehr rauszugehen. Cool, oder? Das Ende der Woche ist erreicht und damit gibt es natürlich auch wieder eure Lieblingsshow, die Neu- und Gratis-Games, wo wir euch die Highlights der letzten Tage vorstellen, euch erzählen, worauf ihr euch nächste Woche freuen dürft und darüber berichten, was für Spiele ihr am Wochenende gratis ausprobieren könnt oder geschenkt bekommt. Ich bin Natascha und die NGG werden euch heute präsentiert von SoTag Gaming und Nvidia. Mit der preisgekrönten SoTag Gaming GeForce RTX 40 Super-Serie kommt ihr in den Genuss von Echtzeit-Raytracing und mehr Frames dank Nvidia DLSS 3. Weitere Infos gibt's in der Videobeschreibung. Ursprünglich erschien Sky Children of the Light bereits im Juli 2019 für iOS. Einige Monate später kam es auch für Android und schließlich auf die Switch. Am 10. April startete es nun endlich auch auf Steam in den Early Access. Wobei eine Demo-Version schon seit einigen Monaten spielbar war. Es handelt sich um ein MMO, bei dem der Fokus auf dem Miteinander liegt. Wie der Name vermuten lässt, spielen wir ein Kind des Lichts und können mit einem magischen Umhang die wunderschöne Welt erkunden, auf der Suche nach anderen wie uns. Wenn man den Rezensionen Glauben schenkt, haben einige Spielerinnen und Spieler bereits über 400 Spielstunden über verschiedene Plattformen hinweg in das Spiel versenkt. Entwickelt wird es von That Game Company, die auch Journey gemacht haben. Auf Steam sind die Bewertungen sehr positiv. Gelobt werden neben der Atmosphäre und der Musik auch die wunderschöne Grafik und vor allem das Gefühl, das das Spiel vermittelt. Ziemlich überraschend ist ebenfalls am 10. April außerdem Lysara Summit Kingdom in den Early Access gestartet. Hier siedeln wir an den Hängen eines fernöstlichen Berges und bauen Warenketten auf, um insgesamt drei verschiedene Einwohnerklassen zu befriedigen. Dabei müssen wir geschickt die Vorteile jeder Höhenregion nutzen und effiziente Transportwege aufbauen, denn im Himalaya ist der Platz knapp. Um am Ende das ersehnte Mönchskloster auf der Bergspitze zu errichten, braucht es daher etwas Geduld und Überlegung. Für reine Schönbauer ist Lysara also eher nicht gedacht, wobei die Siedlungen im Spiel trotzdem richtig hübsch anzusehen sind. Wem bei Warenketten und Management, die am Lahmglocken schrillen, keine Panik. Lysara ist dabei nämlich absolut kein stressiges Spiel. Durchaus ein bisschen fordernd dank einer Pausenfunktion haben wir aber alle Zeit der Welt. Mehr Infos zu Lysara, Summit Kingdom haben wir in einem eigenen Early Access Fazit Video für euch, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Am Mittwoch lag offenbar irgendwas in der Luft, denn auch dieses dritte Highlight im Bunde ist am 10. April erschienen. Underspace ist in den Early Access gestartet. Es bezeichnet sich selbst als geistigen Nachfolger von Freelancer mit einem Lovecraftian Sandbox RPG Twist. Während andere Spiele damit werben, dass ihre Welten komplett zufallsgeneriert sind, verkündet Underspace stolz, dass jedes der 114 Sternensysteme von Hand gebaut sind. Alles ist Open World und die Beschleunigungswege sind die einzige Möglichkeit, sich schnell durch die Galaxien zu bewegen. Aktuell hat das Spiel 16 Missionen in der Hauptquest, was uns so 12 bis 15 Stunden beschäftigt, sowie 45 Nebenquests. Im Laufe der Zeit soll auch noch ein PvP und Koop-Multiplayer kommen. Dieses Mal habe ich ein paar besonderere Highlights für euch ausgesucht, wie ihr seht. Zu Lysara gibt es übrigens auch einen ausführlichen Test vom Kollegen Rainer Hauser auf GameStarPlus, den verlinke ich euch natürlich auch sehr gerne in der Videobeschreibung. Was war euer Highlight letzte Woche? Schreibt's mir mal in die Kommentare! Den Anfang macht Harold Hallibut. Das Sidescroll-Adventure stammt vom Kölner Entwicklungsstudio Slowbros und lässt sich am besten als spielbarer Stop-Motion-Film beschreiben. Wir begleiten Harold, der sich in einer äußerst skurrilen Situation befindet. Denn wir befinden uns auf einem Raumschiff, das nach einem Absturz schon seit rund 250 Jahren auf dem Grund eines außerirdischen Ozeans befindet und längst zu einer neuen Heimat für eine ganze Menschenkolonie geworden ist. Lifecraft ist ein Mix aus Survival-Spiel und Fabrikaufbau. Wir starten als kleine Zelle und wachsen zu einem immer komplexeren Organismus heran. Dazu bauen wir biologische Versorgungsketten und Automatisierungen auf, müssen aber auch Viren und Bakterien abwehren. Lifecraft startet nächste Woche zunächst im Early Access und soll dort mindestens ein Jahr lang bleiben. Grounded gehört zu den großen Microsoft-Exklusiv-Titeln, die endlich auch für PlayStation und Switch erscheinen. Passend dazu kommt dann auch das finale Update Fully Yorked heraus, das unter anderem neue Waffen, einen New Game Plus-Modus und weitere neue Inhalte und Verbesserungen liefert. Außerdem wird Crossplay zwischen allen Plattformen möglich sein. Ebenfalls für PlayStation und Switch kommt jetzt auch noch Planet of Lana raus. Auch wenn die Portierung keinen neuen Content beinhaltet, ist der malerische Side-Scroller gerade für Genre-Fans ein kleiner Geheimtipp. Die Geschichte steht hierbei klar im Fokus und wird zu großen Teilen über die Spielwelt erzählt. Und weil es so schön ist, gibt's mit Dave the Diver nächste Woche gleich noch eine Portierung, dieses Mal aber nur für die PlayStation. Dafür landet der Indie-Hit aber auch gleich im PlayStation Plus-Spiele-Katalog für Extra- und Premium-Abonnenten. Das war's aber noch nicht, denn kurze Zeit später soll auch noch ein kostenloser Godzilla-DLC erscheinen. Der kommt dann aber natürlich auch für alle anderen Plattformen. Kingsgrave ist ein Mix aus Rollenspiel und Action-Adventure und orientiert sich laut eigener Beschreibung an klassischen Zelda-Titeln. Es wird gekämpft und erkundet, wir müssen Rätsel lösen und Ressourcen sammeln und wir können nach und nach sogar die zerstörten Dörfer der Spielwelt wieder aufbauen. Neue Fähigkeiten schalten dabei ähnlich wie in einem Metroidvania neue Wege und Gebiete in dem Fantasy-Königreich frei. Dead Island 2 bekommt mit Solar seinen zweiten Story-DLC. Diesmal geht es auf ein Musik-Festival. Neben einer neuen Location gibt es auch neue Gegnertypen wie den Whipper, der uns aus der Entfernung mit seinen Innereien bewirft. Eine Woche später kommt das Spiel übrigens auch endlich auf Steam raus. Blutig geht's weiter, denn Skrr Ritual verlässt den Early Access. Das Multiplayer-Spin-Off zum Horrorspiel Made of Skrr orientiert sich stark am Zombie-Modus von Call of Duty und kommt nächste Woche auch gleich noch für Konsolen raus. Crossplay wird es dabei aber leider nur zwischen Xbox und PC geben. No Rest for the Wicked startet wiederum in den Early Access. Das Action-RPG der Ori-Entwickler liefert uns zunächst das erste Kapitel der Kampagne, einige Side, Daily und Weekly Quests, wiederholbare Dungeons und Housing. Wann Version 1.0 dann kommt, steht noch nicht fest, aber darin soll es dann unter anderem auch Koop für vier Spieler, PvP, neue Regionen und natürlich auch den Rest der Kampagne geben. Deutlich strategischer geht es in Nexus 5X zu. Das Strategiespiel startete letztes Jahr unter dem Namen Stellaris Nexus in den Early Access, wurde inzwischen aber umbenannt. Nexus ist ein rundenbasiertes 4X-Spiel, das ihr alleine oder im Multiplayer mit bis zu acht Spielerinnen und Spielern erleben könnt. Die Besonderheit ist hier vor allem, dass eine Spielsitzung nur 60 Minuten dauert. Wie ihr merkt, dreht sich in den nächsten Tagen viel um Early Access Titel, denn auch Age of Waters verzichtet erst einmal auf einen Version 1.0 Release und startet stattdessen wie für Survival-Spiele durchaus gewohnt in die Testphase auf Steam. In der fernen Zukunft ist hier fast die komplette Erde von Wasser bedeckt, wir schippern wie in Waterworld über das Meer, bekämpfen gegnerische Crews, sammeln Ressourcen und bauen unser eigenes Schiff immer weiter aus. Mit dem kostenlosen Age of Waters The First Voyage gibt's übrigens schon jetzt ein kleines Appetithäppchen auf Steam. Arc Runner schmeißt Third-Person-Shooter und Roguelike in einen Topf und lässt uns alleine oder im Koop eine schier unbändige KI bekämpfen. Wir haben die Wahl zwischen den Klassen Ninja, Hacker und Soldat, die verschiedene Spielstile versprechen. Die Areale werden dabei genre-typisch bei jedem Durchlauf neu zusammengesetzt. Das sieht doch wieder nach einer ganz spannenden Woche aus, oder? Vielleicht hat der eine oder andere unter euch ja schon auf die ein oder anderen Re-Release auf anderen Plattformen gewartet. Aber das dauert ja jetzt doch noch ein bisschen, bis wir das alles spielen können. Also schauen wir doch mal, womit wir uns am Wochenende die Zeit vertreiben können, ohne extra Geld auszugeben. Es folgen die Spiele, die wir entweder geschenkt bekommen, übers Wochenende kostenlos ausprobieren können oder im Rahmen eines Abos ohne zusätzliche Kosten spielen können. Zuverlässig wie die Maurer schenkt euch auch diese Woche der Epic Game Store wieder ein kleines Spielchen, und zwar Ghost Runner. Das ist noch bis zum 18. April kostenlos und bleibt danach für immer in eurer Bibliothek. Im futuristischen Cyber-Parcours-Spiel rennt ihr mit eurer Figur durch eine düstere Science-Fiction-Welt und erledigt aus der First-Person-Perspektive Gegner. Das coole, eure Feinde sterben mit nur einem Treffer. Nicht so cool, ihr auch. Ihr springt, klettert und rutscht also akropatisch durch die Level, erledigt einen nach dem anderen und müsst immer aufpassen, dass ihr nicht selbst ins Gras beißt. Kybernetische Implantate verleihen euch dabei besondere Skills, wie die Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen. Den zweiten kostenlosen Titel für diese Woche gibt es dann auf Steam. Da könnt ihr in den nächsten Tagen Fallout 76 kostenlos ausprobieren. Zum Start der neuen Serie auf Amazon ist das Spiel bis zum 18. April frei spielbar. Wenn ihr Amazon Prime abonniert habt, bekommt ihr es dort in der Amazon Prime Gaming Sektion sogar für immer geschenkt. Fallout 76 ist ein Prequel zu den anderen Fallout-Teilen und im Gegensatz zu denen setzt das Spiel voll auf Multiplayer. Auf dedizierten Servern erkundet ihr hier zusammen eine Open World in der Postapokalypse. Mit Survival-Mechaniken seid ihr im Ödland unterwegs und baut eure eigene Siedlung auf. Und dann gibt's auf Steam noch ein Gratis-Wochenende für PGA Tour 2K23. Bis zum 15. April könnt ihr die Golf-Simulation kostenlos ausprobieren. Hier dreht sich alles um Realismus und detailgenaue Darstellung. Mit einer breiten Auswahl an Kursen und einem Karrieremodus sowie Multiplayer steht euer Caddy fürs Wochenende also bereit. Children of the Light gibt es schon seit einigen Jahren für Konsolen, jetzt kommt das MMO auch auf Steam. Das friedvolle MMO setzt nicht auf Magie und Orcs, sondern auf Puzzle und Zusammenhalt. Kein Wunder, Sky ist auch von den Machern von Journey, was ja auch schon eine ganz besondere Erfahrung war. Eure Aufgabe ist es, die Finsternis zu bannen und das Licht zurück in die offene Spielwelt zu bringen. Sky Children of the Light ist ab sofort Free-to-Play auf Steam erhältlich. Predecessor gibt's eigentlich auch schon seit ein paar Jahren, der MOBA-Shooter ist jetzt aber auf ein Free-to-Play-Modell gewechselt. Predecessor ist der geistige Nachfolger zu Paragon, das 2018 eingestellt wurde. In Predecessor habt ihr die Auswahl aus über 30 Helden, die alle ihre ganz eigenen Fähigkeiten haben. Ansonsten spielt es sich wie ein klassisches MOBA mit drei Lanes, allerdings aus der Third-Person-Perspektive. Ob sich Predecessor anders als Paragon über Wasser halten kann, müssen wir noch sehen. Auf jeden Fall könnt ihr es auf dem PC, der PlayStation 4 und 5 und den Konsolen der Xbox Series ab sofort gratis zocken. Techledge beschreibt sich selbst als Oldschool-Couch-Multiplayer-Game. In unterschiedlichen Spielmodi tretet ihr gegen eure Freunde an und müsst zum Beispiel die Karte einnehmen, Items sammeln oder Hindernisparcours bewältigen. Dabei gibt's jede Menge Maps und Power-Ups zu sammeln. Techledge ist kostenlos für die Xbox One und Xbox Series X und S Konsolen erhältlich. In Tankteam steuert ihr als Crew von acht kleinen Männchen gemeinsam einen Panzer und kämpft dann gegen andere Panzer-Crews. Das klingt super ernst, sieht aber eher knuffig und wie eine Mischung aus Worms und Among Us aus. Kooperation, Koordination und vor allem Kommunikation sind absolut notwendig, um hier zu gewinnen. Es kann nämlich immer nur ein Teammitglied sehen, was außerhalb des Panzers vor sich geht. Die anderen müssen verschiedene Aufgaben innerhalb des Panzers erledigen, wie das Rohr ausrichten, die Munition laden und die Energiezufuhr im Auge behalten. Und schließlich natürlich auf Feuer drücken. Tankteam ist ab sofort kostenlos auf Steam spielbar. Alle Infos zum Mitschreiben und Anklicken gibt's natürlich auch wieder auf unseren Webseiten. Aber bevor wir uns verabschieden, werfen wir mal wieder einen Blick ins Team und schauen, was da so gespielt wird. Unser Produzent Raphael hat diese Woche endlich den Schritt gewagt und Helldivers 2 heruntergeladen. Mal sehen, ob wir ihn jemals wiedersehen. Geraldine dagegen taucht ab in einen echten Klassiker, bei ihr läuft am Wochenende nämlich L.A. Noah. Und ich bin dieses Wochenende eine ganze Menge unterwegs, deswegen entstaube ich vielleicht mal wieder meine Switch. Oder meint ihr, man kann im Auto Beat Saber spielen? Mal sehen. Ich werde es ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt uns das am besten, indem ihr einen lieben Kommentar hinterlasst und den Daumen nach oben anklickt. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann solltet ihr definitiv den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann solltet ihr nämlich immer direkt Bescheid bekommen, wenn wir was Neues hochladen, wie zum Beispiel unsere tägliche News-Sendung oder dieses Video hier, das ich nur für dich ausgesucht habe. Am Montag begrüßt euch hier wieder unser ostfriesisches Lockenwunder Paul mit den News, bleibt mir also nichts weiter, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ganz viel Spaß und guten Loot!